Herzlich Willkommen bei meinem Kanal Faszination Natur. Hier gibt es Einblicke und Infos zu verschiedenen Tierarten und Pflanzengruppen, Antworten auf Fragen rund um den Tier- und Umweltschutz. Entdeckt mit mir gemeinsam die faszinierende Welt der Lebewesen, den Garten und Wald, Wiese und Teich. All das, was bei uns krabbelt, fliegt, sich regt und bewegt und zu entdecken ist. Und lasst euch selbst faszinieren und anregen, auf Entdeckungsreise zu geben, Freude zu haben, in und an und mit der Natur. Abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke, ich freue mich auf euch.